APRA, die optimale Schale für wertvolle Elektronik. Hier kann man ihn spüren, den Puls der Wirtschaft. Über 710 Millionen Checks, Lastschriften, Überweisungen und Kartenzahlungen wickeln die Banken rund um den Globus Tag für Tag ab. Und jede einzelne muss stimmen. Um diese enormen Datenmengen professionell zu managen, setzen die Banken in ihren Rechenzentren auf kompakte Server mit hoher Leistungsdichte. Diese modernen Hochleistungskomputer stellen enorme Anforderungen an die sogenannten Server Racks, die Schränke, in denen sie aufbewahrt werden. Hier bauen führende Banken auf das Know-how der APRA-Gruppe. Der Mittelständler mit Sitz in Meeren in der Vulkaneifel ist spezialisiert auf die optimale Schale für wertvolle Elektronik. Dabei bietet APRA seinen Kunden deutlich mehr als nur leere Schränke aus Blech. Neben einem ausgewogenen Materialmix aus Metall und Kunststoff liegt die Kernkompetenz der APRA-Gruppe im 19-Zoll-Schrank- und Gehäusebau. Ausgeklügelte Systeme im Bereich der Stromverteilung, der Klima- und Systemtechnik gehören zu den APRA-Leistungen. Natürlich hat die APRA-Gruppe nicht nur Serverschränke im Angebot. Vom Kleingehäuse über Tischgehäuse, Baugruppenträger bis zum Industrieschrank reicht die Palette. Aus dem großen Standard-Baukastensystem können schnell und preiswert unendlich viele Varianten individuell angepasst und aufgebaut werden. Die mögliche Bestellmenge von der Losgröße 1 bis zu 100.000er Serien. APRA verarbeitet auf modernsten Fertigungsanlagen verschiedene Metalle, vom hochwertigen Edelstahl bis hin zum leichtbau geeigneten Aluminium, sowie Kunststoff unter Nutzung verschiedenster Technologien. Rund 280 gut ausgebildete Mitarbeiter arbeiten bei der APRA-Gruppe an den Standorten Meeren und Daun in der Eifel, Neukirchen bei Chemnitz, sowie in den Vertriebsgesellschaften in Frankreich und Polen. Zu den Kunden zählen neben Banken unter anderem führende Firmen aus dem Maschinenbau, der Messsteuer-Regeltechnik, der Medizintechnik, der Verkehrstechnik oder auch der Telekommunikationsbranche. Ein wichtiger Faktor für die hohe Qualität der APRA-Produkte ist die hauseigene Konstruktionsabteilung. Mit der Erfahrung von mehr als 40 Jahren am Markt werden hier innovative, standardisierte und maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden entwickelt. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die hohe Fertigungstiefe. Die APRA-Mannschaft beherrscht unterschiedlichste Herstellungsverfahren. Die Metallgehäusekomponenten werden zum Beispiel zunächst aus großen Tafeln herausgestanzt, konventionell oder in Kombination mit modernen Laserschneidköpfen. Etliche Fertigungsschritte sind automatisiert. Das gilt auch für das sogenannte Abkanten, bei dem die gestanzten Elemente in Form gebracht werden. In nur einem Arbeitsgang erhalten die Teile so eine optimale Genauigkeit für die nachfolgenden Prozesse. Das Laserschweißen zeichnet sich durch eine hohe Prozessgeschwindigkeit und einen minimal thermisch bedingten Verzug aus. So ist eine optimale Qualität der Schweißnaht sichergestellt und eine Nachbearbeitung in der Regel nicht mehr erforderlich. Die APRA-Gruppe setzt in ihrer hauseigenen Lackiererei auf Pulverlack. Die Farbschicht des lösungsmittelfreien Pulvers ist wesentlich beständiger als bei klassischen Lackierverfahren. In einem Arbeitsgang werden zu lackierende Teile mehrstufig vorbehandelt, pulverbeschichtet und dann in einem Ofen erhitzt. Damit die Pulverschichtung aushärtet und so ihre hohe Festigkeit erzielt. Fertige Gehäuse können zudem nach Kundenvorgaben im Sieb- oder Tampongdruckverfahren bedruckt oder mit Folientastaturen ausgestattet werden. APRA stellt auch Kunststoffgehäuse in unterschiedlichsten Fertigungsverfahren ab der Losgröße 1 her. Die Palette reicht dabei vom Spritzgießverfahren für große Stückzahlen über die Fräsbiegetechnik, hier auch mit einer innovativen Rundbiegetechnik für kleine und mittlere Stückzahlen, bis hin zum Vakuumguss SynProtec, der in Rapid Prototyping eingesetzt wird. In der Montage werden schließlich die unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt. Dabei sind jederzeit auch Kombinationen unterschiedlicher Materialien möglich. Auf Kundenwunsch übernimmt die APRA-Gruppe auch Verkabelungsarbeiten. Kabel- und passive Elektronikbaugruppen können durch das erfahrene Team montiert und nach strengen Prüfprotokollen kontrolliert werden. Mit seinem modernen Hohregallager in Daun bietet APRA zudem einen besonderen Service. Viele Normgehäuse aus Kunststoff- und Baugruppenträger können direkt ab Lager ausgeliefert werden. APRA – die optimale Schale für wertvolle Elektronik APRA – die optimale Schale für wertvolle Elektronikbaugruppen. April – die optimale Schale für wertvolle Entschlern